Also, ich muss Jindosh eliminieren und Anton Sokolow finden. Willkommen in meinem Haus, Fremder. Die Tür ist immer offen für jene, die gewillt sind, die Schwelle zu überschreiten. Falls Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie. Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Viele sind ohne Einladung gekommen. Aus Gründen so vielzählig wie die... Das ist der Typ aus dem Trailer von Bissonda 2. Und wenn diejenigen, die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder raus. Oha, gering... Ich hab immer noch den geringen... Wie heißt es denn, wie nennt sich das mal? Chaosfaktor. Ob das dieses Mal mal kein geringer Chaosfaktor ist? Mann, interessant. Wo geht's denn hier nach oben? Wer würde so etwas bauen? Und warum? Ah! Jemand hat eine der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Willkommen, Besucher. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh. Aber... Das wissen Sie nicht alle. Machen Sie weiter, Freunde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Ich bin hier wieder. Dann, falls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungen... Ich hätte erwartet, dass Sie sich inzwischen zeigen. Etwas entdeckt. Hm. Endlich. Kommen Sie nicht her. Sie sind umgeben von den Einzelteilen meiner größten Erbindung, dem mechanischen Soldaten. Das ist doch eine Falle. Abwehrwerkzeug. Ein gallerwerkzeug. Das liegt mit Ihrem Nachw destroying. Das hat eine Decke. Der das baut. Aber sie ist völlig aktiv. Aber ich bin hier. Der rum erregt. Und es ist jetzt blopt. Er kommt hinter Bautista. Und dann will ich mir das einfach sehen. Und ich bin gut und ich habe einigenPER actually beeilen, herein bar不會 noch ein paar Termin. Und dann kannst du es nicht, dir über Europa machen können. atenisiere Top 500, dem navigationisches Handeln findest du alles hinbezüb lives. jetzt wo ich sie sehe weiß ich wer sie sind dafür sind sie zu gut angezogen ein adliger draufgänger sie wurden am schwert ausgebildet formal aber sie sind kein fechtkünstler einen teil haben sie auf der straße gelernt und sie haben die augen ihres vaters eure kaiserliche majestät willkommen lady amelie kommen wir jetzt also doch nicht unser ziehvater dann wissen sie sicher auch warum ich hier bin meine beziehung zum herzog haben sie wohl zu mir geführt oder sie suchen den gescheiterten anton sokolon der es sich im vorführraum bequem gemacht hat kommen sie nur und nehmen sie sich was sie suchen doch sollten sie versagen werde ich sie in meinem labor sezieren und untersuchen bis dahin ist ihr geheimnis bei mir sicher dann bist leicht sind eine andere möglichkeit kirin jenosh zu eliminieren oder töten topf abschlagen mit einer großen schwachstelle die teilweise ist dieses haus luxus und spektakel würde ich sagen aber es ist noch mehr ein meisterwerk ingenieurskunst so 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 Hm. Das Personal. Ein geschätztes Personal. Heute besuchen wir uns Mr. Hardwops und Mrs. Vivian, um ein paar mechanische Daten zu erwärmen. An Anweisungen lauten Versenken Sie den Blitzfäller im Boden. Wir wollen unsere Gäste nicht vaporisieren. Stellen Sie ihn nur im Notfall erneut auf. Bieten Sie Erfrischungen an und bereiten Sie das Vertragsunterzeichnung des Abendessen vor. Wenn Sie unruhig werden und mich sehen wollen, sagen Sie ihnen, dass ich bald bei Ihnen sein werde. Umführen Sie sie aus. Führen Sie sie ins Empfangszimmer. Aktivieren Sie nicht den Mechanismus, der das Empfangszimmer in den Vorfuhrraum runterlässt. Das erledige ich selbst. Grundlagen der mechanischen haben wir schon. Wie lange noch? Mit einem Kronowandler wüsste ich's. Ich rate einfach mal. Drei Stunden? Ja, irgendwas um den Dreh. Okay. 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 In den letzten Ein das Feld wird schon stark. Was war? Sehen wir mal, wie du dich verlorst! So? Leben ist wegloss! Komm zurück! Die Maschine braucht mechanische Leute erledigen. Ich krieg dich schon! Was? Weg bleiben! Halt mich hin! 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 Oh, ich spinneVi能 mal weg. Halt mich hin! Hat mich hin! Was ist denn? Es ist eine stitchedeisatione Welches Fenster? Ist das eine Tür? Hol doch nichts. Ah, ich dachte ich könnte die richtig stealthig ausschalten. Ich will ja schon jetzt einen großen Chaosfaktor haben, also... Ich will ja schon jetzt einen großen Rundekämpfer, die zu Zeiten meines Vaters. Muss wirklich sein, jedes Level selbst zu spielen. Ja. Ich will ja schon jetzt einen großen Rundekämpfer. Ich will ja schon jetzt einen großen Rundekämpfer. Jetzt ist der Major. Glückst du jetzt? Ah, glückst du jetzt? Da ist Kirin. Ich will ja schon jetzt einen großen Rundekämpfer. So wie er ist voll Alarm hier. Ja. 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 Ich bin glücklich. Genau hier reinlaufen. Das Personal, wie Sie wissen, haben wir einen Ehre-Gast im Vorwürzsraum. Den berüchtigten Erfinder Anton Sokolov. Die Einrichtung mag nicht auf Komfort ausgerichtet sein, aber ich will, dass für Sokolovs Grundbedürfnis und Körperfunktion gesorgt ist, damit sie mich nicht bei der Arbeit stören. Andere Zivilisten ducken sich einfach und machen nichts mehr. Diese Erfinder, einfach nicht normal, wie die wohl als Kinder waren. Die sehen alles. Diese Stadt ist ein Ort der Reichen. Aber nicht jeder kann am Festtisch sitzen. Und nicht in der Stimmung. Komm sofort raus. Wiedergabe nach dem letzten Tagsfest entfernt. Los, weiter nichts. Zwecklos. Tja, war wohl doch nichts. Wenn er seine Zähne behalten will, sollte er lieber nicht das Maul aufreißen. Was ich ein bisschen blöd finde, ist halt, man hat nicht wie in Teil 1 wirklich die Möglichkeit, alles wieder auszurüsten. Jindosh überhaupt. Hier kommt doch keiner höher. Ja, nice. Erogante Sokolov lässt sich also nicht dazu herab, mir bei einer neuen Version meiner Soldaten zu helfen. Gut, ich habe eine andere Lösung. Mein Elektroschocker. Lange ein Nebenprojekt von geringem Praxiswert. Ich sehe genau das Richtige. Mit der richtigen Kalibrierung sollte es mir gelingen, nur jene Teile seines Geistes zu beschädigen, die für Unabhängigkeit und freien Willen zuständig sind. Sein reiches Wissen sowie eine erheblich wichtige Qualität, nämlich seine, ich sage es nicht gern, legendäre, kreativ bleiben, Fakt. Was für eine Grausamkeit ist das? Dank dieser Maschine müssten Sie vielleicht nicht sterben, Jindosh. Vielleicht ist sie hier in der Nähe. Dann können wir diesen Hass, meine Motivation, legen, auf unserer Seite legen. Ich hoffe, dieser maskierte Kerl ist verschwunden. Ich dachte, die sind blind. Wird abgespielt, wenn der Feind ausweicht. Sokolov. Sokolov. Olaf. Olaf. Marius will vielleicht sogar unerträglich sein, besonders, da die Druckplätze zum Öffnen ihrer zwei Sofa-Locken nahe ist. Olaf. Kann das sein, ist das die junge Emily Caldwin? Anton, sparen Sie Ihre Kräfte. Ich bringe Sie hier raus. Jindosh führt mehr im Schilde, als wir ahnen. Eine Armee seiner mechanischen Soldaten. Das wäre das Ende. Oh, ich werde Jindosh bald besuchen, alter Freund. Dring Mayhem. Schlanken-Labyrinth. Du warst berustlos nur. Im Wagen sind sie sicherer Sokolov. Ich schulde Djindash einen Besuch.